Im Wort selbst steckt die Lüge, in der Kunst das Gefühl, aber nur in der Natur ist die Wahrheit. Jede Pflanze und jeder Stein und jetzt nur so kleine Viech ist persönlich und ein Teil vom Großen, Ganzen und Vergänglichen. Es ist unumgänglich mit der Natur jetzt zum Kooperieren. Am nächsten werden in absehbarer Zukunft große Teile der Menschheit diesen Planeten verlassen. Nur die hohlen und faulen Bahnen, bloß der Wind um. Das ist, wie wenn du in den Abgrund schaust. Es wird der Bewusstsein, dass der Abgrund auch in dich schaut. Wer in die Abgründe der Dunkelheit schaut und sucht, der wird ein Licht finden. Nicht so, dass die Leute empfunden, die auch jetzt gehen und neu aussehen, in die Welt aussehen. Auf, auf.